Der frühere Weltklasse-Stürmer Filippo Inzaghi ist als Trainer des italienischen Erstligisten FC Bologna entlassen worden. Wie der Klub am Montagabend mitteilte, werde Sinisa Mihailovic zunächst die Nachfolge antreten. Der Serbe war bereits von 2008 bis 2009 Trainer des Klubs. Der FC Bologna steht derzeit mit 14 Punkten auf dem drittletzten Platz der italienischen Serie A. Das jüngste Spiel ging mit 0 zu 4 gegen den Tabellenvorletzten Frosinone Calciko verloren. Inzaghi, mit Spitznamen Hippo, hatte als Stürmer beim AC Mailand in der Serie A von 2001 bis 2012 in 202 Spielen 73 Tore erzielt. Zuvor spielte er unter anderem vier Jahre für Juventus Turin 120 Spiele, 57 Tore. von tested von Untertitelung des ZDF für funk, 2017